hallo und herzlich willkommen auf mockskau deinem kanal für interessante lego sets und spannende eigenkreationen aus klemmbaustein wir haben heute ein alternative bild am start nämlich das corner hotel das ist das rebrickable mok mit der nummer 71766 und es ist ein alternative bild der polizeistation dem aktuellen modular gebäude von 2021 der 10278 das ist eben auch von 2021 ist klar und von den 2924 teilen die drin sind in der polizeistation werden hier nur 1409 verbaut also noch nicht mal die hälfte die maße sind dementsprechend überschaubar 25 cm bis hier oben zu der kleinen antenne die hier über dem schild rausspitzelt und die basis sind 26 x 26 cm das ist klar es ist eine 32 x 32er baseplate in dark blue grey der designer ist gabison den kennen wir auf dem kanal schon doch ein bisschen mehr und das ist auch how to build it das ist der gleiche designer der viele digital projekte in seinem portfolio viele spannende interessante auf den ersten blick interessante gebäude aber wenn man sie dann da mal baut stellt man fest dass sie den einen oder anderen fehler haben weil sie einfach oft nur digital umgesetzt und nicht irgendwie revidiert also überarbeitet worden sind und somit manchmal auch gar nicht so richtig baubar sind wie ich die anleitung vorschlägt das ist hier nicht der fall aber wir werden gleich sehen was die interessanten oder weniger interessanten punkte sind von diesem gebäude von der altersgruppe her würde ich sagen 8 plus das ist nicht schwer zu bauen es gibt glaube ich einen print oder so und keine aufkleber ist so bei dem set gibt es keine aufkleber und wenn ihr es bauen wollt braucht ihr eine anleitung das ist ein pdf das kostet euch 6 dollar das ist vom preis her okay die anleitung hat auch keine fehler sie enthält auch keine bautechniken die irgendwie unmöglich sind ich hatte keine schwierigkeiten beim bau wenn ihr jetzt nach irgendwelchen interessanten bautechniken sucht dann werdet ihr nicht viel finden denn das einzige was halbwegs interessant ist hier oben das schild genau also das hotelschild der schriftzug hotel der ist so halbwegs interessant der rest ist eigentlich ganz ganz viel hausmannskosten nichts besonderes wenn es um interessante steine geht dann muss ich euch leider enttäuschen die werden hier nicht verbaut es gibt aber in der zehn zwei sieben acht interessante steine auch interessante figuren da gehe ich ein nicht in diesem video sondern in dem video was ich zu dem modular gebäude gemacht habe zur polizeistation auch auf meinem kanal zu finden das hier ist ein zweistöckiges eckgebäude ist es modular und es ist kompatibel zu den anderen lego modulars aber es ist halt von der größe halt ein bisschen kleiner und verschwindet dadurch ein bisschen wenn man das an andere gebäude andockt ihr habt eine lobby eine rezeption im unteren bereich und im oberen bereich zwei zimmer das war's mehr ist hier nicht drin also das ist wirklich sehr überschaubar was ihr hier kriegt und es gibt statt eines einer treppe gibt es einen aufzug so wir gucken einmal rundherum ihr seht hier eine relativ schmucklose fassade ein paar blätter ein paar säulen hier diese beiden büsche die wir schon von der polizeistation kennen eine schräg eingebaute tür die nicht sehr stabil ist die hängt nämlich nur am boden an zwei noppen dann seht ihr hier schon eine wand oben mitten in einem fenster das ist auch irgendwie nicht so ganz sinnig und dann haben wir hier an den seiten nur eben unten die beiden konnektoren jeweils zu den nebendran potenziell nebendran liegenden gebäuden und ansonsten passiert hier hinten nichts so kommen wir wieder nach vorne er hat hier noch in der lampe übrigens den üblichen minifigurenkopf in transclear durch ein 1 x 1 round brick in trans yellow ersetzt also das ist hier eine kleine veränderung so wir gucken mal rein in dieses gebäude ich hebe mal die oberen beziehungsweise das obere stockwerk mitsamt deckel ab und wir kommen mal ein bisschen näher dann könnt ihr nämlich durch die glastür schon mal durchschauen und dann seht ihr vor allem dass das ein großer raum ist und die komplette fast die komplette basisplatte ist hier gefliest hat keine noppen das heißt ihr könnt hier keine minifiguren platzieren auch nicht auf dem sofa auch nicht hinter dem tresen auf dieser kasse am tresen ist übrigens glaube ich der einzige print der hier wirklich verbaut ist ja diese 1x1 teil mit diesen streifen hinten in der ecke ist der aufzug mit dieser glastür und diesen transclear 1x1 bricks das hat mich im ersten moment an ein bad erinnert im oberen stockwerk würde das vielleicht noch sinn machen also eine duschkabine aber und macht natürlich keinen sinn das ist aber der aufzug der ist oben abgeschlossen das macht irgendwie auch so gar keinen sinn und dann habt ihr noch ein paar blümchen und diese fliesen wie die so aufgeteilt sind finde ich jetzt auch irgendwie so war irgendwie so bild wirkt ein bisschen beliebig also man kann da schon eine gewisse logik drin erkennen aber so richtig interessant finde ich jetzt nicht hätte mir ein paar mehr plates gewünscht hätte ich mich gefreut dass man da ein paar minifiguren platzieren kann aber ist nicht haben wir nicht von daher müssen wir damit leben was interessant ist hier dass zum teil hier an den außenseiten diese applikationen nur unten befestigt sind also das ist einigermaßen stabil aber ihr seht schon jetzt nicht so wirklich konstruktionstechnisch interessant also das ist einfach nur dran gebaut also überhaupt ist die konstruktion nicht nicht sehr interessant hier vorne die tür eben ist ganz leicht weg ja nur zwei noppen unten hält gar nicht wirklich gut also zum spielen wirklich nur sehr sehr bedingt empfehlenswert spannend ob ich das überhaupt wieder so hier während dass ich es in der luft halte wieder ran kriege sieht gar nicht so richtig dann aus ja jetzt sitzt es wieder also es ist irgendwie weiß nicht fange ich jetzt nicht so viel damit an muss ich sagen mit dieser lockeren leichten bautechniken es ist tatsächlich leicht zu bauen das ist ein großer vorteil eine große stärke wenn man dann etwas sucht was anspruchslos ist aber im normalfall sind die dinge die anspruchslos zu bauen sind auch nicht so interessant das wisst ihr ja so also hier passiert nicht viel ich weiß nicht was ich noch zum unteren stockwerk sagen soll es ist halt einfach ein großer leerer raum das ist schön da kann man gut drin spielen sogar mit zwei händen aber man kann halt nicht spielen es hat nichts da zum spielen so gehen wir mal weiter zum nächsten stockwerk das wird jetzt ein bisschen interessanter das dach lässt sich gut lösen man muss nur beim draufmachen ein bisschen aufpassen denn hier seht ihr ganz viele einzelne platten das ist aber nicht sehr plan ja vor allem weil noch eine zweite lage plates drauf gekommen ist aber erst mal zu dem stockwerk hier ganz viele blätter außen dran die verkleiden hier quasi diese ganzen bricks modified mit stats an der seite erst mal kommen da ein paar platten darauf hintern und dann die ganzen blätter das wirkt so ein bisschen chaotisch beliebig aber optisch ist es noch okay innen drin haben wir denn zwei ziemlich identische hotelzimmer also der tisch ist gleich mit dem fernseher wir haben das gleiche bett nur ein bisschen von den farben anders das gleiche nacht tischchen mit der lampe das ist eigentlich das gleich in grün bzw weiß oder braun oder eben grün oder dark orange wie ihr so wollt also unspektakulär und ja langweilig ich finde es langweilig war irgendwie hätte man doch mehr draus machen können hätte zwei unterschiedliche hotelzimmer machen können hätte irgendwie noch mehr rein machen können da ist nur ein gang und dann eben diese nasszelle ja der aufzug ist es sieht für mich immer noch nach einer nasszelle aus und so rettungswege technisch ist das sowieso hier abenteuerlich also da kommt im brandfall keiner mehr raus glaube ich außer durchs fenster so auf dem gang keine noppen die türen auch ohne irgendwelche schilder oder sowas irgendwie mit zimmernummern ist gar nichts dran oder mit irgendwelchen bildern vielleicht alles fehlanzeige ich weiß nicht wie lang der daran designt hat keine ahnung ich würde mir zutrauen sowas in einem halben vormittag zu designen ja also da ist nicht viel nicht viel passiert hier drin setzen was wieder drauf und kommen wir zum dach also es passiert halt einfach nicht viel also man kann tatsächlich hier drin spielen die räume sind groß genug um zu spielen aber außer einer figur ins bett zu legen da ist noch nicht mal ein stuhl irgendwie vor vor dem schreibtisch kann nichts machen wären noch mal 1400 teile da gewesen oder 1500 teile um was damit zu machen aber fehlanzeige also hier das schild hotel das war so irgendwie das interessanteste zu bauen fand ich hier oben eine antenne eine radarschüssel und noch irgendwie klimaanlage gedöns noch nicht mehr irgendwie den zugang ja kein zugang zum dach kann man auch nicht irgendwie interessant spielen das ist die konstruktion auch nicht spektakulär funktioniert ist stabil ja also stabilitätstechnisch kann man hier ja sage ich gerade jetzt fällt mir hier leicht auseinander es ist nicht überall stabil aber es ist grundsätzlich stabil also man kann nicht sagen dass das hier ein instabiles gebäude ist das problem ist nun wahrscheinlich werden die meisten gar nicht die stabilität groß testen ja genau jetzt passiert das hier wenn man das hier drauf drückt geht es hier hoch also da muss man dann mit mit beiden oder vielleicht sogar vier fingern an vier punkten drücken damit dann drauf bleibt die meisten werden das gar nicht unbedingt bauen und gar nicht merken wie stabil oder instabil das ist es ist ganz nett dass man das hier bauen kann aus der polizeistation aber wenn ihr ein interessantes alternative bild sucht zur polizeistation dann geht zu lego artisan der hat nämlich da ein crown jewel genanntes gebäude gemacht was hochspannend ist vor allem unterm dach gibt es dann nämlich ein studio von einem lego youtuber ja also klar ist natürlich sehr cool das hier ist nicht so cool aber kommen wir mal zu einer zusammenfassung was ist positiv die anleitung ist gut sie ist preislich angemessen und man hat einen schnellen leichten bau keine losen teile das ist ein pluspunkt es gibt halt nicht viele teile die überhaupt drin sind also von da gibt es auch nicht viele möglich also möglichkeiten lose teile zu platzieren wir haben große räume zum bespielen würde sich das eigenen wenn man denn was hätte zum spiele so das gebäude ist generell stabil aber einige mehr elemente sind eben locker wie jedem diese außenelemente die tür hier die fassade hält an den flächen gut aber hier haben wir zum beispiel ein fassadenelement was außen hängt was nur an einer noppe hängt das ist leicht mal weg das hätte man einfach alles besser lösen können das ist das problem man mal so viele mehr teile hat dass man wenn man mehr zeit und liebe investiert hätte wäre das gegangen so also wir haben so ein paar unlogische konstruktionen wie eben hier die wand in dem fenster drin dass wir keine treppen haben dass der aufzug oben zu ist im ersten unteren stockwerk das sind alles so details wo man sich fragt da ist nicht viel liebe zum detail da also es ist irgendwie mal wieder so ein digital projekt von gabison wie wir es kennen und jetzt fragen sich meine zuschauer vielleicht warum baut er denn immer wieder was von gabison ja das hat zwei gründe einmal dass ich hoffe dass es vielleicht besser wird dass ich oft die teile da habe weil es natürlich alternative birds sind und es ist schnell gebaut klar und dass ich vielleicht tatsächlich ein bisschen warnen möchte davor also es ist nicht so dass es schlecht ist aber es ist halt echt schwach im vergleich was dazu was es sonst noch so gibt ja speziell lego artisan ja also das ist jetzt nicht werbung für lego artisan aber der kann es halt einfach besser so und ja ich finde mir fehlt so ein bisschen hier das besondere oder das was es lohnen macht dieses gebäude zu bauen von daher ja keine echte empfehlung von mir es ist ein bisschen interessant von außen auf den ersten blick aber ansonsten nicht mehr es ist halt im moment eins von zwei verfügbaren alternative birds für die polizeistation ich hoffe da kommen noch ein paar mehr dann haben wir auch irgendwie mehr zum vergleichen im moment haben wir halt tatsächlich nur die zwei also der preis für die anleitung ist okay aber das ergebnis ist ist halt irgendwie nicht so richtig was 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 sich lohnt zu bauen ja muss ich tatsächlich leider sagen kommen wir zu einer wertung spiel spaß einer von fünf briggs ist einfach so wir haben keine noppen oben die zwei zimmer die identisch sind kann da nicht viel spielen bauspaß ist auch nicht viel was ihr baut ja ihr fließt den boden ihr zieht die wände hoch macht ein paar kleine details rein unterdurchschnittlich zwei von fünf briggs stabilität die ist ganz gut bis auf einzelne elemente drei von fünf briggs die optik ich finde es auch nicht so schön ja es ist einfach es bietet zu wenig nur zwei von fünf briggs und die anleitung sind drei von fünf briggs weil sie ist nicht sehr teuer aber ihr kriegt eben auch nicht sehr viel das gesamt urteil sind daher zwei von fünf briggs warum vor allem deswegen weil die möglichkeiten der vorlage so wenig genutzt worden sind wir können das jetzt mal vergleichen mit dem alternative bild zur tower bridge von gabison diesem kleinen egg pub das ist auch ähnlich mit dem ähnlichen schriftzug das hat ein brick mehr gekriegt das liegt aber auch daran weil die steine von der tower bridge nicht so viel hergeben ja und da fand ich sozusagen die umsetzung des designs und am strich doch noch besser als hier wo man doch viel mehr möglichkeiten hätte und ein alternative bild soll sich ja auch lohnen so also nur zwei von fünf briggs ist aber nur meine meinung wenn ihr eine andere meinung habt dann schreibt das in die kommentare sehr gerne ich antworte darauf und wenn es euch gefallen hat das video dann gibt doch die daumen hoch lasst vielleicht sogar ein abo da und dann sehen wir uns das nächste mal wieder auf meinem kanal auf moxcout so